So, gasen wir mal ein bisschen hier den Schund an, gucken wir uns die Schmutz-Tapete mal an. Ein Spilo, hör auf, mir hier die ganze Zeit dreckige Nachrichten zu schicken, während ich hier am Film bin. Alte Schmalzfliege hier. Kaum meldet er sich, kommt gar nichts mehr. Nichts kommt hier. Der größte Seuchenvogel, mit dem ich eh zusammengespielt habe. Ein Spilo. Spass beiseite, guter Junge, hat Spaß gemacht, die Tage. So, jetzt muss es weiter gehen hier. So, jetzt aber, oh yes. Geil, überall Automaten. Fressen, fressen, fressen. Nur fressen. Ein schönen dreckigen Misküter, guck dir, ein ganz schwarzen, dreckigen Pudel ist das hier. Total angebratzt, ey. Komm, Eier. Eier. Ja, ich hab dir gesagt, du wolltest mir nicht glauben. Der wird nochmal voll schmeißen. Oder vier. Aber ich hab... Vielleicht geht es zum dreckigen Auge noch. Ne, ich will gar nicht zum Auge, der soll bloß weg bleiben mit dem verkackten Auge. Sicher, immer, und ich hätte ja jetzt keine 32 gekriegt, ich hätte ja nur 16 Eier gekriegt. Fünf Linien, beste Leben. Nein, bringt ja nichts für ein Spiel. Also, an der Flöte stecken hier das Ding, du. Mal, kann ich bei der Straße mitnehmen oder stehen lassen? Mal schauen. Oh, hat er die von ihm gemacht? Ne. Schade. Da war noch ein Spielchen da. Und, und, und. Oh, oh, oh. Schade, Madi. Aber ja, gut, gut. Geschmissen. Für 40 Cent. Neunze... Ne, achtziger oder was? Guck. 80 Flammen. 80 flambierte Eier. Machen wir mal Stopp, Leute. Ich geh immer noch rein, wenn Freispiele da sind. So, Leute. Ich muss jetzt gerade mal den Moneymaker ablösen. Die faule Sau ist raus. Aber wir haben Waffen. Die faule Sau ist raus. Tja... Und, du hast die Fren. Sie haben ja immer den Kompass. Guck. Ziem. Ziem. Oh, da wieder mal ein scheiß Lauf, du. Erkennt man das auch. Ich weiß nicht, ich muss hier lesen. Scheiße, eigentlich. Geile Rutsche, geht gleich weiter, Leute. So Leute, gerade vom Piefen zurück direkt drin, der stinkende Drecksfisch. Schauen wir mal. Gut, dann gehen wir mal schnell am Käfer vorbei. Ja, das ist ganz gut. Eigentlich bis jetzt in den beiden anderen Spielen auch. Ja, der hat auf mich gewartet. Gebe ich den gleich. Jetzt direkt weitergehen, das wäre gut. Gut gelaufen, aber jetzt kommt die Schrotflinte. Jetzt muss er weitergehen, sonst bringt das alles nichts. Ach, Mann, jetzt bleibt der der Hafen hier. Ja, das ist ein Saukerl, ey. Oh, okay. Schönes Geflatter. Schade. Es geht ja bestimmt für ein Spiel geht ja noch weiter. Das hört mich nicht wundern. Meinst du? Ja, kann ja auch. Ja, ich kann ja so machen. Gut gelaufen, Mann. Ja. 86 Euro, Alter. Gut bezahlt, würde ich mal sagen, ne? Komm Leute, ich nehme euch hier noch ein bisschen mit. Das heißt immer bis 150 auf 15 weiterlaufen. Nehmen wir mal auf 75. Mal gucken, ob da was kommt. Schade. Oh, wie schade. Oh, wie schade. War das 270 oder Watt, Alter? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, du. Zäh doch runter, die Gardene. Das müsste eigentlich auf der Gardene sein, du. Ja? Ja, da ist doch. Was ist das nochmal, ey? Ist das auch nett? Ja, klar. Ja, ich muss mal gucken hier auf 75 Cent. Komm doch rein, du Pozzo. So. Welche Nummer war das? Keine Ahnung. 273. 273. Ja, ich hatte 279. 259. Ja, ich habe hier noch ein bisschen krumm, die alte Sau. Einmal hätte ich gerne auch dran geschnüffelt hier in der Scheiße. 259. 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 Musik. Musik. Der läuft auf Rasur Lamour. So habe ich mir das vorgestellt. Schönes Bild und dann direkt so ein... Ja, aber pass mal auf, jetzt wird der nicht über den Käfer hinauslaufen. So wie bei den anderen Spielen vorher. Wäre zwar schön, aber glaube ich nicht. Schade. Oh, schon wieder vorbei. Guck mal, einen drüber, die alte Kuh. So, direkt wieder an dem Käfer vorbei. Krass. Hätte ich echt nicht gedacht. Muss ich aber ganz ehrlich zugeben. Das kann durchaus sein. Du darfst jetzt hier nicht direkt am Rad drehen. Nee. Schade. Komm, jetzt gehen wir zum Köter hier, Mann. Wie viel Scheiße? Ja. Ja, so wie eben, ey. Wenn der wenigstens einen Vollschmeißer oder zwei Vierer oder so, ist okay. Dreckiger Geier, ey. Dreckiger Geier, ey. Kann man nichts machen. So sieht's aus. Close. Ganze Marke, was du willst. Guter Start wieder, ne? Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mit Glas aber, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, das geht ja öfters mal rein, das Spiel. Aber, hat auch dafür viele Totentänzer, weißt du? Ja, ja, ja. So. Ja, das wäre nett. Ich guck mal, dass ich in jedes Fach zweiter mal komme. Ja, 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 wäre nicht schlecht. Aber jetzt hat der nur einfach gegeben. Vorher war der immer so, mit dem Käfer-Dreck doppelt. Ja. Naja. Okay. Jetzt soll er mal einen Doppelten machen. Ja, das ist ja der Doppelten. Naja, genau. Aber jetzt ist eine Krisensitzung angesagt. Beide drüber. Ne, das wird nichts. Was ist die Messe gelesen? Die Messe ist auf jeden Fall gelesen. Fake-Laufe, das ist Fake. Wenn ihr voll den Fake-Move verpasst ihr 75 Cent, Junge, ey. Äh, ja, ja. So ist das. Geil Spiel. Was? Was ein geiles Spiel. Noch auf links. Ach, hör auf, Alter. War mal gut, ja. Nicht gut? Ach, mittlerweile. Seitdem die Quotendreher da dran waren, ist da nicht mehr viel zu machen, Alter. Da ist nicht mehr viel zu machen, du. Oh shit. Wichtige... Gebirne, um sich zu halten. Ja, was denn? So gut. Spiele? Nee. Das wäre zu schön gewesen. Bei dir? Ja. Alter, du hast es aber auch da oben, ne? Kannst du machen, ist alles böse, ey. Ja. Ja. Na ja, dann verspätst du das Geld und dann könntest du noch mal bis 8 oder was, ne? Ja, genau. Die Krisen kennen wir doch, ey. So, dann gehen wir jetzt mal auf den Euro. Ich hatte da auch noch eine Schlappe hier zu bieten. Ja, na gut, wenn ihr jetzt reingeht. Alte Sau. Anzeichen sind da. Aber da haben wir nichts von. Wir brauchen die nackten Öffnungen hier. Nackte Tatsachen haben wir. Ja, alles andere bringt ja nichts. Da kann man ja 7 Milliarden Mal anzeigen. 7 Milliarden Mal anzeigen ist keine Öffnung. Ja, Leute, bei 180 werde ich den Part hier auch mal stoppen. Wenn wir Glück haben, geht er bis dahin noch mal rein. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech. Auf jeden Fall abonnieren, nicht vergessen. Liken, Liken, kommentieren. Und der ganze Zenova, was dazu gehört. Ja, schön. Ein schön 60er hier. Ja, der hat die ganze Zeit komische Bilder, ne? Eben auch mit dem Käfer, die 55er oder was das war. Dann lassen wir noch mal ein bisschen laufen hier, ne? Für die Abos. Weil die wollen die Öffnungen ja jetzt auch noch mitkriegen. Und den Ofen hoch zumindest, das hat ja noch eine Kühe. Oder bis 220 Leute, weil ich will mit meinen Piefen gehen. Jetzt geht die Matsch-Banane ja noch rein. Jaja, jetzt kommt wahrscheinlich auch Totentanz, genauso wie gerade. Jetzt wird der vier Euro schmeißen. Aber guck mal, letzte Öffnung war 75 Cent. Jetzt kannst du von vier Mäusen hier ausgehen, das ist dir gesagt sein. Ja, das ist schon ein Drecksstacht. Ja, das ist schon ein Drecksstacht. Noch nicht. Ne? Ja, gar keinen, oder? Ne. Das ist der erste Sau-Schlumpf hier. Der EGT ist drei oder so. Ja, wenn nicht. Zweier wäre schon. Ja, zwei. Zweier würde ich ja schon 300 Saltos machen hier. Ganz knicken, Alter. Das gibt den Rosettenbrand hier. Ne? Ja, sieht nicht gut aus. Aber warte mal ab, die nächsten zwei Öffnungen. Davon wird einer ziehen hier, wie Hechtsuppe. Okay. Aber... Jetzt hier zwei Tone jetzt, ne? Ne, aber es ist zu dünn. Ja, ja, klar. Ja, nochmal fünf Spiele am Start. Das ist das Problem an der ganzen Messer hier. Oh, schön. 25 Pappschinesen, die können wir auch mitnehmen. Aber jetzt wird es lustig. Ja, das könnte lustig werden. Ja, ja. Das wäre schön, wenn es jetzt immer lustig werden würde. Ja, vielleicht. Ja, schon gesagt schon. Jetzt könnte es lustig werden. Ja, das wäre schön. Ja. Ja. Ja, gut. 40 Kamele kann man mal mitnehmen. Ja, ja, das sind solche. Jetzt wird es lustig. Jetzt können wir es doch auch rein. Naja, willst du machen? Ja. Das Spiel ist halt so, ne? Ja, ja, genau. Kann auch reingehen und macht Feature beendet. Dann gehst du nämlich mit Null hier raus. So Leute, dann werden wir den Part jetzt hier mal killen. Oder? Ja. Ja, komm. Machen 300 glatt. Dann nehm ich euch mit und dann ist Feierabend. Kann sein, dass der nämlich direkt nochmal ein Nachpfiffert hier. Da ist nämlich so ne Kackmaschine gerade. Ach, Schwein. Schwein, Domus, Köpek, Ebne. Ach, Schwein. Schwein, Domus, Köpek, Ebne. Jawoll, Junge. Äh, endlich hast du die Schmutzgardine da mal runtergefummelt. Ja, Leute, viel Spaß mit dem Video, oder? Ja. Jetzt redet, Junge.